Im ersten Portal 2017 das Trainingszentrum eröffnet. Wir haben ja alle Maschinen aus dem aktuellen Produktportfolio in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Die Techniker können hier das Gelernte in die Praxis umsetzen. Wir möchten, dass die Techniker nach der Schulung ein sicheres Auftreten haben, mit einer Zielsicherheit an die Maschine rangehen, wissen, welchen Gehäuse Teil sie zu öffnen haben, wo sie welchen Bauteil finden. Sie müssen das Handling üben. Auch DrSoftware hat sich einiges verändert in den letzten Jahren. Wir bieten die Schulungen in mehreren Sprachen an. Wir sind eben deutsch und englisch, separatisch, ungarisch und bulgarisch. Nach so einem Training vernetzen wir uns. Die Partner werden informiert, nachgeschult. Es finden noch Informationsschulen statt, die einen Zeitraum von ein bis zwei Tagen haben. In der Praxis ist es so, dass nach zwei Jahren wieder so viele Erneuerungen passiert sind, dass es sich lohnt, wenn dieser Partner wieder zu einem Training kommt, was auch dieses Basistraining aufsetzt, wo die Grundlagen vielleicht nochmal kurz angeschnitten werden und nicht mehr so intensiv geschult werden. Ich erwarte mir eine Einschulung für die ganzen Geräte und Maschinen, dass man sich wirklich gut auskennt mit dem und das Wissen mitnimmt und vielleicht weiterentwickelt. Es ist schon sehr wichtig, weil man den Kunden, der erwartet einen professionellen Dienst von uns, und ich glaube ohne Training war es nicht möglich, dass man dem Kunden ein professionelles Wort leisten kann. Es ist sehr locker, bringt es sehr gut um, macht Spaß und bis zum Weiterentwickeln. Dass ich mich über die Microspülmaschinen ein bisschen besser auskenne, dass ich den Kunden für technische Fragen zugänglich bin. Die Atmosphäre ist sehr gut, der Übungsleiter macht seine Sache sehr gut. Die übrigen Kollegen sind auch sehr hilfsbereit. Die Maschinen, über die man lernt, die sind zur Verfügung und die kann man zerregen und nachschauen und Fehler nachstellen. Wir haben viel mit diesen Maschinen zu tun und wenn man die aufstellt, muss man sich ein bisschen auskennen auch mit diesem Zusammenhang, wo geht es dann mit den Grundschulen und Grundanlagen braucht. Bei so einem Premium-Marken wie Maiko ist es wichtig, weil man beim Kunden einfach eine Auftritten braucht. Weil das eben eine teure Maschine ist und da kann man nicht hingehen und offensichtlich sich nicht auskennen. Da muss man schon ein bisschen ein Profi sein. Maiko, the clean solution. Maiko, das ist die Last-Seite. A.K.A.T. 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 Vielen Dank.